Ah, mein Gott. Und das beim Auf... während der Aufnahme. Versteckt euch nicht hinter dem Rat, Feigling. Gut. Zerquetschen wir diese Mücke. Und dann weiter. Nein. Varas behauptet, die Stimme zu sein. Dieser Sith Lord behauptet, der Zorren zu sein. Ich werde den Imperator nicht provozieren. Wer überlebt, spricht die Wahrheit. Gut. Der Meister wird der Sklavin einen letzten Wunsch gebären. Der Imperator verlangt deinen Tod. Greif mich an, wenn du es magst. Okay, war ich soweit? Fick dich! Okay. Schössers Imperium gedöselt. Aua. So, was sagst du jetzt, Feigling? Bitch! Hast du genug, Kind? Ich fühle, wie dir das Leben entgleitet. Wieso bestehst du auf diese nutzlose Gebärde der Vergeltung? Lass los! Umarme den Tod! Fick dich! Nö! Das ist mein Ende sein sollte. Werde ich euch mitreißen. Oh! Aber sie hat zwei Runde, Bitch! Oh, wie süß! Oh, wie süß! Zumal ich ernsthaft, ich habe etwas Größeres. Bin ich ledigbar. Ihr schwebt einen Atemzug vor eurer Vernichtung. Meine Kräfte verlassen mich. Ja! Sehr schön! Bettelt, dass ich euch leben lasse. Ich fordere den Rat der Sif dazu auf, diese Närring zu töten. Der Imperator befiehlt es. Darth Maar schlagt im Namen des Imperators zu oder zieht seine Missgunst auf euch. Ich glaube, das riskiere ich. Ravage hat auch euch die Vernunft verlassen. Verteidigt mich. Verteidigt die Stimme. Ich werde dem Zaun des Imperators nicht im Wege stehen. Du glaubst, du hast gewonnen. Du glaubst, du kannst die wahre Stimme des Imperators zum Schweigen bringen? Dann gib mir den Todesstoß. Von jenseits der Dunkelheit werde ich dich treffen. Eines Tages werde ich mich reichen. Oh, wie süß. Wie süß, wie süß. Wie süß. Entschuldigung. Niemand darf es warten, mir im Weg zu stehen. Lasst euch das alle eine Leere sein. Ich kann nicht vernichtet werden. Ich kann nicht vernichtet werden. Ich kann nicht vernichtet werden. Die Botschaft ist klar angekommen. Ihr habt bewiesen, dass ihr wahrhaft vom Imperator berührt worden seid. Der Rat des Sists weiß, dass der Zaun des Imperators freie Hand hat. Ihr seid anerkannt, Zorn. Eure Taten werden geduldet, solange sie den Unseren nicht widersprechen. Ihr untersteht nur unserem ultimativen Meister. Ich freue mich darauf, dem Rat der Synth bei den entscheidendsten Angelegenheiten zur Seite zu stehen. Dann hat sich unsere Macht gesteigert. Lasst die Feinde des Imperiums erzittern. Der Zorn des Imperators wird sie alle verzehnten. Ihr wisst gar nicht, wie das geil jetzt gerade für mich ist. Moment. So. Das war wohl, äh, ja, Kapitel 3. Und auch die letzte Folge. Ja, das war die letzte fucking Runde. Ich werde, äh, wahrscheinlich privat, äh, das 1 und 2, äh, ja, spielen. Beziehungsweise, ja, 1 und 2 halt. Äh, privat, versteht sich. Und, yeah, und, äh, ja, ihr habt, äh, jetzt gesehen und ich wollte das unbedingt aufnehmen, bevor, ja. Aha, what? Äh, äh, chen, 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 ja, toll. Folt wieder gut an, meine Versprecher heute. Die Macht ist eine Waffe. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Und, äh, ja, äh, weil ich nicht weitermache, weil das, äh, viel zu lang dauern werde und, ja, wir sehen uns. Bye, bye.